Hallo, mein Name ist Mary und mein Bruder James hat den wichtigsten Tag meines Lebens ruiniert. Ich bin noch wütend und das ist schon vor paar Monaten passiert. Ich bin endlich bereit, darüber zu reden und ich möchte, dass jeder weiß, was für ein schrecklicher Mensch er wirklich ist. Mit James aufzuwachsen war ein absoluter Albtraum. Ich weiß, ihr denkt sicher, ich übertreibe, aber hört mir einfach zu. Das ist kein normaler, nerviger Bruderkram. Er ist schrecklich zu mir, er sagt immer fiese Sachen, zerbricht mein ganzes Spielzeug, und hat furchtbare Wutanfälle. Er war nervig und gemein und alles musste sich um ihn drehen. Es war, als ob James nicht glücklich war, wenn sich nicht alles um ihn dreht. Er hasste es, dass meine Eltern stolz auf mich waren und wenn ich also was Gutes tat, benahm er sich umso schlimmer, damit sich wieder alle auf ihn konzentrieren. Es war ihm egal, ob die Aufmerksamkeit, die er erhielt, gut oder schlecht war, solange er im Rampenlicht stand. Es war unglaublich frustrierend, aber ich nahm an, dass mein Bruder Probleme hatte und ich versuchte ihm zu helfen. Er nutzte meine Freundlichkeit aus und legte sich jedes Mal mit mir an. Ich dachte, ich sei gezwungen, meinen Bruder zu lieben. Und so gab ich ihm immer wieder Chancen, aber am Ende hat er mich nur enttäuscht. Ich brauchte die längste Zeit, um zu erkennen, dass er meine Zeit einfach überhaupt nicht wert war. Ich weinte so viele Male über die schrecklichen Dinge, die er tat, bis ich aufgab, es zu versuchen. Es tat weh, aber ich wusste, dass es zum Guten war. Mein Vater sagte, dass es nur eine Phase und er irgendwann hinauswachsen würde. Das habe ich auch gedacht, aber jetzt glaube ich es nicht mehr. Er ist ein schrecklicher Mensch und wird sich niemals ändern. Das Zusammenleben ist ein richtiger Albtraum. Ich habe versucht, Freunde mit nach Hause zu bringen, aber ich wusste, dass er einen Weg finden würde, ihnen das Leben zur Hölle zu machen, solange sie unter dem gleichen Dach lebten wie er. In der Schule war er die meiste Zeit suspendiert. Er war auch so schlecht, dass er in den meisten Klassen durchfallen würde. Er versuchte immer, mich zu betrügen. Und ich versuchte, ihn aufzuhalten, weil ich nicht für seine Taten bestraft werden wollte. James war ein verkorkstes Kind und jeder in meiner Schule hielt ihn für einen Freak. Ehrlich gesagt, da er mein Bruder war, versuchte ich anfangs, andere davon abzuhalten, ihn zu schikanieren. Aber immer wenn ich es tat, brachte er mich ein Ende in eine peinliche und seltsame Situation. Deswegen gab ich nach einer Weile völlig auf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie erleichtert ich war, als ich schließlich beschloss, von zu Hause wegzugehen und aufs College zu gehen. Es bedeutete, weit weg von meinem schrecklichen Bruder zu sein. Es war, als könnte ich zum ersten Mal in meinem Leben mein eigenes Zimmer genießen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, ob jemand etwas Böses in mein Bett gelegt oder mich mit einem grausamen Streich gespielt hat. Ich war glücklich und ehrlich, ich habe ihn überhaupt nicht vermisst. Ich rief meine Mutter und meinen Vater oft an, aber ich habe nie darum gebeten, mit James zu sprechen. Zum Glück wollte er anscheinend auch nicht mit mir sprechen. Und so schienen wir uns gegenseitig zu ignorieren. In meinem ersten Jahr im College lernte ich schließlich einen tollen Typen namens Tom kennen. Er war erstaunlich und das genaue Gegenteil meines Bruders James. Er war fürsorglich, liebevoll und tat nie etwas, um mich zu verletzen. Ich wäre erstaunt, dass es so einen tollen Typ in Wirklichkeit geben konnte und er sich auch in mich verliebte. Die Grausamkeit meines Bruders hatte mein Selbstvertrauen erschüttert, aber Tom half mir, das zu ändern. Nach meinem Collegeabschluss bekam ich einen tollen Job und zog schließlich mit Tom zusammen. Wir waren so glücklich zusammen. Ich arbeitete als Computerprogrammierin am selben Ort wie er und wir schienen ein perfektes Leben zu führen. Meine Eltern trafen Tom ein paar Mal und sie verehrten ihn. Er kannte auch viele meiner Freunde und andere Verwandte, aber nicht meinen Bruder. Er wollte ihn kennenlernen, um zu sehen, ob sich mein Bruder vielleicht verändert hätte. Ich glaube, Tom merkte, dass ich immer noch traurig über alles war, was zwischen uns passiert war. Ich meine, selbst wenn er so grausam war, war James immer noch mein Bruder, oder? Schließlich bat Tom mich, ihn zu heiraten und natürlich sagte ich ja. Es war die Liebe meines Lebens und ich konnte es kaum erwarten, seine Frau zu werden. Und so begannen unsere Planungen. Es war eine Menge Arbeit und Mama half mir sehr dabei. Ich musste den Veranstaltungsort abholen, mein Kleid, die Dekoration, alles und dazu gehörte auch die Gästeliste. Dann wurde es knifflig. Denn ich musste überlegen, wen ich einladen wollte. Natürlich würde meine ganze Familie dabei sein, auch Toms Familie, auch viele unserer engsten Freunde. Wir luden unseren Chef ein, um höflich zu sein, aber wir wussten, dass er nicht kommen würde. Einige unserer Mitarbeiter waren ebenfalls eingeladen und sie freuten sich sehr für uns. Sie sagten, wir seien das süßeste Paar überhaupt. Die große Frage, die mir durch den Kopf ging, sollte ich James einladen? Tom sagte mir, dass es von mir abhängt und Mama sagte mir, dass es meine Entscheidung respektieren würde. Es war schwer, mich zu entscheiden, ehrlich gesagt, und am Ende entschied ich, dass es besser wäre, wenn er überhaupt nicht käme. Ich wusste, dass es Ärger geben würde, wenn ich ihn einlade, weil er am Ende etwas Grausames tun würde. Das eigentliche Problem war, ich fühlte mich deswegen schrecklich schuldig. Selbst nach allem, was mir in der Vergangenheit angetan wurde, war er immer noch mein Bruder und Geschwister sollten sich doch lieben, oder? Es sollte die schönste Nacht meines Lebens werden und mein Bruder sollte nicht dabei sein. Meine Mutter schien es auch aufgebracht zu haben und es tat mir weh. Mom war großartig und sie wollte immer, dass James ein besserer Mensch wird. Ich fragte mich, ob ich meiner Familie Schande brachte, indem ich mich weigerte, James einzuladen. Als das Datum näher rückte, entdeckte mein Bruder irgendwie, dass ich heiraten wollte. Mama und Papa haben ihnen nichts davon erzählt, aber vielleicht hat es einer meiner Verwandten getan. Die Sache ist die, James rief mich an und fragte mich, ob er eingeladen sei. Ich war von seiner Frage überrascht und hielt es für ein gutes Zeichen. Vielleicht ging es ja doch besser und er wollte das, was er all die Jahre getan hatte, wieder gut machen? Vielleicht war er über sein grausames Verhalten hinausgewachsen? Ich fragte ihn, ob er kommen will und er sagte, er würde kommen. Er klang so aufrichtig. Ich sagte ihm, ich würde darüber nachdenken und ihn zurückrufen. Er war nicht eingeladen und es wäre wahrscheinlich einfacher, ihn davon abzuhalten, zur Party zu gehen, aber ich fing an, mich deswegen wirklich schlecht zu fühlen. Es wäre zu grausam, ihn nicht kommen zu lassen und so rief ich ihn zurück und lud ihn offiziell zu meiner Hochzeit an. James klang überraschend glücklich und das beruhigte mich. Könnte er vorhaben, etwas Schlimmes zu tun? Oder vielleicht hat er sich wirklich geändert? Der Tag war endlich gekommen. James schien ein wenig verärgert darüber gewesen zu sein, dass ich ihn nicht von Anfang an eingeladen hatte, aber er schien zum Zeitpunkt der Party darüber hinweg zu sein. Alles war perfekt. Mein Hochzeitskleid war wunderschön. Meine Haare waren wunderschön. Tom sah so super aus. Mama weinte, Tränen des Glücks und der Veranstaltungsort war wunderschön. Nichts lief schief und ich war unglaublich glücklich. Sogar James schien sich zu amusieren. Es war unglaublich. Ich war so erleichtert und begann darüber nachzudenken, dass er vielleicht ein Teil meines Lebens werden und mit Tom ein Onkel für meine zukünftigen Kinder sein könnte. Er lernte meinen Mann kennen und er war wirklich angenehm. Aber bald merkte ich, dass alles nur gespielt war. Gleich nachdem wir unsere Verbeugung ausgesprochen hatten, fingen die Leute an zu schreien. Ich verstand nicht, was hier vor sich ging, aber dann sah ich es. Mein Bruder hatte den Tisch, auf dem der Kuchen stand, umgeworfen. Alle sahen ihn dabei an und schrien ihn an, aber James lief einfach weg. Ich war so aufgeregt. Wie konnte er so grausam und eingebildet sein? Alles musste sich um ihn drehen, auch wenn das bedeutete, den großen Tag seiner Schwester zu ruinieren. Meine Mutter umarmte mich ganz fest. Sie sagte mir, dass es ihr leid täte, was mein Bruder getan hätte. Ich war so aufgewühlt. Ich sagte ihr, ich hätte ihn nie einladen dürfen und sie stimmte zu. Wenigstens standen meine Eltern hinter mir. Ich dachte, damit sei die Sache erledigt und akzeptierte die Tatsache, dass meine Hochzeitstorte ruiniert war, aber ich wollte nicht zulassen, dass mein Bruder den Rest der Hochzeits ruiniert und so machten wir weiter, als sei nichts geschehen. Ich wusste nicht, dass dies der Anfang war und dass noch schlimmere Sachen geschehen werden. Viel schlimmer. Was als nächstes geschah, machte mir klar, dass James alles die ganze Zeit geplant hatte. Es war keine Eintagsfliege gewesen. Ein paar Minuten später kam mein Bruder zurück, aber niemand hat ihn gesehen. Er hat den Plan in Gang gesetzt und sorgte dafür, dass niemand etwas sah. Er schaltete alle Lichter am Veranstaltungsort aus und das nächste, was wir erfuhren, war, dass ein Haufen ekliger Tiere den Ort überflutete. Es gab Ratten, Schlangen, Frösche und alle möglichen unheimlichen Krabbeltiere. Alle flippten aus und öffneten die Türen und Fenster, um zu entkommen. Dann erfüllte ein furchtbarer Gestank den Ort. James hatte tatsächlich ein Furzgas in das Belüftungssystem freigesetzt und den ganzen Raum einen schrecklichen Gestank verpasst. Die nächste Nacht war ruiniert und alles Geld, das wir ausgegeben hatten, war verloren. Einige der Gäste mussten sogar ins Krankenhaus gehen, weil sie leichte Panikattacken hatten. James wusste ganz genau, dass unsere Tante Laura vor Schlangen zu Tode erschreckt ist und sie flippte aus, als sie anfing, auf dem Boden herum zu kriechen. Alle mussten gehen und die Nacht war eine absolute Katastrophe. Ich war gedemütigt und verbrachte Wochen damit, mich bei allen, die ich kannte, für die Taten meines Bruders zu entschuldigen. Alle waren so verständnisvoll und sagten mir, das sei nicht meine Schuld. Ich hätte es besser wissen müssen und ihn nicht einladen sollen, so wie ich es zuerst beschlossen hatte. Mein Bruder wird sich nie und nimmer ändern und alle in meiner Familie sind wütend auf ihn. Mama und Papa weigerten sich, mit ihm zu sprechen und ich will nie wieder von ihm hören. Er hat diese ganze verkorkste Sache schon lange im Voraus geplant und ich kann nicht einmal verstehen, warum. Ich bin immer noch unglaublich aufgeregt, aber wenigstens waren meine Flitterwochen perfekt. Nichts ging mehr schief, weil mein Bruder nicht da war. Tom hat versprochen, dass wir an unserem ersten Jahrestag noch einmal feiern und eine wunderschöne Hochzeitsfeier schmeißen würden, diesmal ohne James. Ich hoffe, mein Bruder versucht nicht, noch aufzutauchen und das zu vermasseln. Danke fürs Zuschauen! Was ist das Gemeinste, was jemand, mit dem ihr verwandt seid, je getan hat? Lasst es mich in den Kommentaren unten wissen und bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und sich noch weitere Videos von uns anzuschauen.